Ich drücke die Shift-Taste da gerade total tot. Ich glaube, danach muss ich mir eine neue Shift-Taste kaufen. Warte, 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 warte. Nicht schon wieder. Äh. Yes, Meister des Auffangbecken. Äh, ich krieg die Krise. So. So, so, so. Jetzt kann ich hier wieder runter. Aua. So. Best. Asbest. Ich erweiß jetzt immer einen tollen Trick. Es reicht einfach nicht. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ja. Ja, ich weiß. Oh, vier Treppen. Das ist ja unglaublich. Mal gucken, ob das reicht. Eh nicht. Und vielleicht mal 32 mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und, höp. Bin zu dick. Ich muss abnehmen. Ich darf nicht so viel Fleisch fressen. Ich bin ein Fleischfresser. Ich mache immer eins. So. Und so. 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 Und so. Moment, Moment, Moment. So, jetzt passt das wieder. Immer schön symmetrisch machen. Auch wenn es nicht gerade nichts so ist. Warum kann ich da keine... Mein Baumaterial. Jetzt ist es weg. Take these. Und... Dies. Und dies. Und... So. Das war auch keine Monster Spawn. Und dies. Und dies. Okay, dies nicht. Und dies. Okay. Ah, guck mal da. Guck mal an. Ja, guck mal an. Geht es? Oder soll ich... Nein, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Sechs Stück. Das sind mehr als genug. Mehr als genug. Und... Und... Und zack. Haha. Wir haben ein Dach. Ihr kennt doch diese japanischen Häuser. Die so schniekig aussehen. Das ist das Gegenteil. Das ist ja... Haus an der Klippe, das bald runterfällt. Das ist es. Das trifft es zu. Ja. 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 Jetzt... Erstmal das ganze Holz da auch rein. Ja, jetzt kriegen wir... Jetzt kriegen wir... Glas. Glas, 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 Glas. Glas, klar. Nur eins zur Info. Mit den... Falls Shader haben wollt. Das klappt nicht so ganz mit... meinem PC. Also so unglaubliche... Super-duper-realistischen Shaders. Das klappt nicht ganz mit meinem PC. Da... Könnt ihr lange warten. Es wird nicht klappen. Außer... Wenn ich einen neuen PC habe. Also... Oder besser gesagt... Neue Einzelteile. Haha. Mwahaha. Ich bin Herr des Schnees. Ich bin... Eigentlich ist der Yeti... Einer, der nur im Schnee lebt. Also ein Mensch... Also ein großer Mensch... Der von den... Anderen... Einheimischen Menschen... Ausgegrenzt wurde. Das ist ein Yeti. Jetzt wisst ihr es auch. Zack, zack. Und zack. Zack, zack, zack. Das hat ja auch gereicht. Auch gut. Ja. Wir sind jetzt verglast. Keiner kann uns hören. Keiner kann uns hören. Naja. Weiter geht's. Im Konzept. So. Gute Frage. Was machen wir jetzt? Das war jetzt eine Frage an... Euch. Was machen wir? Wir könnten... Wieder eine Höhle suchen. Wir könnten... Noch mehr Sachen bauen. Oder versuchen zu bauen. Wir könnten... Wir könnten... Eine... Farm bauen. Eine automatisierte Farm oder... Eine manuelle Farm. Das... Könnt ihr euch entscheiden. Der Mond geht auf. So beautiful. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, mit dem Texture Pack sieht das alles so viel geiler aus. Dann sieht das richtig geil aus. Kann ich schlafen gehen? Oh geil. Also. Dann schlafen wir nochmal noch kurz eine Runde. So. Hoch. So. Dann beenden wir... Hiermit die zweite Aufnahme-Session. Oder Session. Das zweite Mal aufnehmen. Sagen wir es so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann auch. Und. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ruhig die Videos von mir teilen. Dann sage ich mal. Cheerio. Ne, das sagt ja ein anderer. Entschuldigung. Dann sage ich mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.